Hi Leute und willkommen zurück zu Metroid Dread. Wir sind in Burenia angekommen. Ich möchte jetzt hier noch ein bisschen umsehen. Aber ich glaube wir haben gar nicht mehr so viel. Hier kann man nicht ran. Unter Wasser haben wir nichts. Da weiß ich nicht ob ich da rankommen kann. Ansonsten ist das nur... Nö. Also ich würde sagen, wir haben hier gar nichts. Es leuchtet nichts, wir haben nichts wo wir irgendwie groß hin können. Hier brauchen wir wahrscheinlich den Wasser-Syut. So, das heißt wir können theoretisch nach Gavor ran oder... Doch, nach Gavor ran. Äh, ich bin schon... Ups. Mal kurz auf die Karte gucken. Einmal nach oben, dann gehen wir in das Gebiet und dann da hin. Dann sind wir eigentlich... Von da aus möchte ich glaube ich dann auch schon wieder weiter. So. So, eigentlich sind das voll die Lebensbooster. Die ganzen Gegner, die wir einsammeln können. Na, komm. So. Ähm. Einfach hier rechts hoch und dann sind wir schon da. Ups. So. 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 Kleiner. Ich ziehe richtig? Nee. Bin ich nicht. Alles richtig dann. Na, komm. So. Ups. Ah. Die Tatsache war ich drin. Oh. So. Gut. Das war ja einfach. So. Die letzten drei Gebiete kommen dann jetzt. Äh, ja. Das war echt fix. So, dass wir hier schon alles hatten. Zumindest soweit wir das abhaken können. Na, los, dann muss. Glatt zu. Die Reise kann nicht so lang sein. Okay. Gau ran. Dann gleich hier rechts. Na, dann gehen wir auch genau dahin. Müsste ich aber ran kommen. Toll. Ja, komm ich. Perfekt. So. Das nächste. Ähm. Hier. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier hoch. Hast du schon verwendet? Komm ich gar nicht mehr durch jetzt? Oh. Ist natürlich doof. Ja. Komm nicht mehr durch. Da müssen wir doch links lang. Ja. Ach. Inwiefern ist das fast. Ich guck mal. Äh. Er erstattet. Ja. Ja. Okay. Ja. So, ich wollte nach rechts, kann ich jetzt direkt hier quer durch, müsste, oder, vielleicht zumindest hier, also könnte ich auch da durch, oder, ja, das ist ein Werfer, dann könnte ich dann bis dahin, okay. So, dann einmal hier quer durch, wow, tja, eigentlich nervige Viecher hier, springen ja nie ganz lang. Ja, man merkt, dieses Gebiet sind schon wieder ein bisschen färbiger, so, einmal scannen hier bitte. Okay, nichts. So, dann mal rüber, dann scannen wir hier gleich nochmal. So, danke. Ah, warte mal. Hier habe ich zumindest schon mal die Abkürzung. Muss ich nur noch hier runter? Irgendwo hier soll noch was sein. Aber nicht hier. Ahaha. Nice for kittens and cooking right. So, was nochmal scannen? da komm ich nicht so dann war das das ding noch mal wieder hier hoch und da krumm schön dass man den kleinen Pichern gekommen ist, dass ich auch lande Slash Ah, die braucht zu lange, die ganze Zeit Hallo, Samos, Toppie, Jump und so Okay, Komm mal, Komm mal Ups So, gut Hat jetzt nicht viel gebracht Mal ein bisschen Munition haben wir So, das ist zerstört Hier könnten wir nochmal gucken Da hatte ich auch nochmal vor Das kriegen wir leider nicht gemacht Weil diese Blume Kann ich die komischen Blumen hier einfrieren? Kann ich Okay Dann würden wir das dann nicht helfen Nein Fail Das war Fail Kurz mal warten, bis sie wiederkommen Toll Ich hab den berührt Egal Alles Danke Toll Kann ich nicht aufladen Kann ich nicht aufladen So, sehr schön Verdrückt Ich hab mal zu viele Fähigkeiten Mir da war jetzt dran Irgendwie Ich hab's richtig klarkommt Ah Wow Na gut Dann halt nochmal warten So Schön 4 von 4 4 von 4 Nein So Ah Danke Danke Wow Achso Ich musste hier und dann links Ups Ich bin halt Ich bin halt Ich bin halt Ich bin halt Ach, der wehrt sich gar nicht Das ist schön So Eigentlich bist du mir egal Ah Wieder unbekannte Ressource Schön So Jetzt wissen wir, ob was da war Haben wir noch irgendwas Hier haben wir gesehen Wir brauchen wieder irgendeinen Speedbooster Warum auch immer Das hier haben wir, ne Genau Erhalten Hier blinkt noch was In dem Bereich Kann ich Kann ich vielleicht Hier noch was Aufspringen Sieht so aus Was halt Für hier oben Können einfach mal hingehen Ist ja nicht so weit weg Ja Klasse So Ich muss das mal Ah Nein Da oben rechts ist was. Okay, also nicht da, wie ich erst gedacht habe. Sondern wirklich da oben rechts. Das heißt aber, hier kommen wir noch gar nicht ran. Wenn hier solche Blöcke sind, dann komme ich vielleicht hier wieder zurück. Kann natürlich sein. So, orange. Ich möchte nach orange. Okay, dann haben wir hier eigentlich auch alles schon fertig. Zumindest von dem was ich sehen kann. So, Ferinja. Und nach Elun. Dann wollte ich erst nach Elun, ne? Ja. Ähm, Elun. Hier möchte ich eigentlich noch nicht hin, oder? Orange, orange, orange. Oh, so orange. Das fühle mich da ganz hin. Aber hier. Ähm. Hier ist doch gar nichts mehr, oder? Doch. Missercontainer. In der Lava. Da ist eine Wand zwischen. Hm. Da könnte man machen. Da bringt mir das wirklich was. Wahrscheinlich muss ich hier unter der Lava was aufspringen. Irgendwas. Können wir reingehen? Ja, eigentlich. Eigentlich können wir das machen, wenn wir schon in der Nähe sind. Moment. Ich muss jetzt nach links und dann da hoch. Okay. Hier hoch. So. So. Einmal einen Teleporter rein. Wir haben genug Leben, um da ein bisschen was zu machen. Und wenn wir jetzt nur den Container holen. Warum habe ich das jetzt mal nicht gesehen? Ach, es leuchtet nicht mehr, ne? Weil wir es schon gefunden oder gesehen haben, quasi. Das kann natürlich sein. Gut, dann holen wir uns da nochmal den. Also mittlerweile haben wir echt viele Missheitser. Kann man nicht anders sagen. Aber ist gut für Bosse, da müssen wir nicht immer in den Charge beamen oder irgendwas anderes nehmen. Wir können ganz gemütlich mit den Raketen draufhalten. So ein Teleporter dauert genauso lange wie so ein... Wie alle anderen Fortbilder. So. So. So, die Gefahren hier. Was. Meine Güte. So. Speedbooster. Ach, nee. Das wird alles so sein. Dann können wir es auch knicken. Dann können wir es leider knicken. Okay, schade. Ich hätte gedacht, da können wir vielleicht mit der Rakete irgendwas durchballern und dann ist gut. Leider nein. Leider nein. Leider nein. Leider nein. Dann können wir jetzt nach Elun aufbrechen. Ich will einfach nur da noch kurz auf die Karte gucken. Aber ich glaube, da war nichts mehr. Von daher wird das schnell gehen. Dann werden wir ins letzte Gebiet gehen. Und von daraus können wir dann ganz gemütlich weiterspielen. Und den schätze ich. Aber ich weiß sonst pauschal nicht, wo wir hin sollen. Aber da wartet wieder so ein Emmy auf uns. Ach, ich hasse die Dinger. Die sind schon echt anstrengend. So. Das heißt, wir müssen Elun dahin. Vielleicht nur wieder zurück. Zurück war er nicht runter, sondern links. Ich kann nur da. Super, klasse. Ach so, da geht es weiter. Na gut, dann kann ich halt nicht hier ran. So, dann müssen wir eigentlich mit Speedbus hier rüber und oder von der anderen Seite auch durchrutschen. Ich muss irgendwie auf die andere Seite mal kommen. Ein Safe-Boot haben wir da, aber ich komme halt da nicht rein. Weil hier dieses scheiß Elektrozeug im Weg ist. Oh. Das ist mir natürlich mit. Ach so, wir haben alles voll. So, Elun, Elun. Ich will eigentlich hier hin. Aber dann kam ich eigentlich zurück. Aha. Und es ist der Zugang von dieser Seite verschlossen, aber von der Seite komme ich durch. Das hat überhaupt keinen Sinn. Na gut. Von der Seite kann ich das Schloss entriegeln und von der Seite halt nicht. Ist okay. Muss ich mal einen anderen Weg suchen. Ist das schon aktiviert? Ja. So, wir können es hier rüber rollern. Hier rein. Hier runter. Da ist wieder verschlossen. Hier durch. Hier lang. Dann müssen wir da lang kommen. Und da sind wir nochmal wieder Racken. Ah, da komme ich nicht lang. Ähm. Blöd. Hä? Morphballwerfer. Ich muss durchs Wasser. Dann, nee. Dann komme ich auch nur da hin. Nee, warum? Das bringt mir auch nichts. Okay, ich kann hier rein. Hier ist es verschlossen. Hier komme ich dann nach Ferien her. Elun kann nicht abgeschlossen sein. Für uns. So, da habe ich nichts. Da kann ich theoretisch noch was machen. Ich glaube, dann hole ich mir erstmal das hier. Oh man, oh man, oh man. Das ist irgendwie nicht so geil. So, hier auch. Nee, jetzt bin ich. Da brechen wir auch wieder ein. Wenn ich hier, dann kann ich zumindest den holen. Schade. Ähm. Hallo, vielen Dank dir. Danke. Kann man das sichtbar machen? Äh, nee. Ich würde da jetzt mich eigentlich nicht aufstellen. Ist okay. Ist verstanden. Nein. So. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Und hier ist eine Schleuse. Ich weiß nicht, wie ich die aktivieren soll. Da ist nichts zum aktivieren. Oh man, ich komme hier nicht mehr weg. Oh wow. Das ist jetzt nicht der Ernst. Da breche ich nur ein. Hier komme ich nicht durch. Das Ding ist unsichtbar. Keine Ahnung. Aber hier ist einfach gar nichts. Guck mal, ob hier was sein soll. Ja, und hier komme ich nicht durch. Ja, fantastisch. Ich muss mich wegporten. Oh, wie dumm. Oh, wie dumm. Na gut, gehen wir halt wieder ins andere Gebiet zurück. Ich komme jetzt wieder hochporten. Oh Gott. Also, das nervt mich jetzt gerade. Schon ein kleines bisschen. So viele Sackgassen, ey. Na gut, das Backtracking ist halt nicht das Spannendste, sag ich mal. Man muss halt sehen, wie man mit seinen neuen Fähigkeiten da überall hinkommt. Das war es dann eigentlich auch. Man muss halt sehen, die Welt hat sich mittlerweile so ein bisschen überall verändert. dass wir mal irgendwo lang kommen und dafür in anderen Wegen wieder nicht, weil irgendwas eingestürzt ist. So, das ist verschlossen. Ich kann also nur links. Ja, dann gehen wir links. So, jetzt muss ich irgendwie wieder nach oben kommen. Fantastisch. Ich bin hellauf begeistert. Äh. Ah, komm. So. Ach so. Für das Backtracking hat man aber auch immer das Gefühl, seine Fähigkeiten immer noch mal wieder zu gebrauchen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich kann ja mal scannen. So. Ich will es nur aufgeklärt haben. Äh. Ich muss jetzt wieder hoch. Türkis. Wo bringt der uns denn hin? Da hin, ne? Ferinia Türkis, ja. Das haben wir. Hier kommen wir nicht durch. Bombenblock, aber da halt nicht. Ja, wow. Also, sinnlos. So, man muss jetzt hier lang. Könnte auf jeden Fall da lang, aber... Ja, hier komme ich nicht weiter. Pinblock. Homeblock. Das haben wir schon. Oh, jetzt müssen wir hier lang. Jetzt brauchen wir uns einzusaugen. Ähm. Möchte ich speichern? Eigentlich möchte ich speichern, ja. So. Gut, dann werden wir nochmal versuchen, irgendwie wieder nach oben zu kommen. Irgendwie. Von da aus dann auch nach Elun. Von hier aus müssen wir dann da rankommen, oder? Wenn es hier auch mal kleine Umwege ist. Werfer. Dann gehen wir da. Dann können wir hier rein. Genau. Und dann da hin. Gut. Wir machen aber erstmal Schluss für heute. Wir werden beim nächsten Mal nach Elun gehen. Was für ein sinnloser Umweg. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.